Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute geht es ein bisschen weiter und zwar, ja gut, wir haben eigentlich letztes Video schon angefangen mit den fortgeschrittenen Konzepten vom objektorientierten Programmieren und dieses Mal gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und fangen mit Interfaces an. Keine Sorge, Überschreiben von oder Überladen von Methoden, Überschreiben hatten wir schon, Überladen von Methoden wird auch noch kommen und die ganzen anderen Kram werden wir natürlich auch noch machen, aber ich dachte mir, bevor wir in die Richtung gehen, brauchen wir eigentlich erstmal Interfaces oder wir brauchen sie nicht, aber Interfaces sind irgendwie wichtiger als andere Dinge hier in dem Zusammenhang und da fangen wir dann jetzt einfach mal direkt weiter an. So, also Interfaces sind erstmal ein relativ komisches Konzept, man versteht irgendwie nicht wirklich, warum man das braucht und das versuche ich jetzt euch heute hier mal ein bisschen klarer zu machen. Okay, wir haben hier bisher alles als Klasse definiert, es gibt aber noch ein weiteres Schlüsselwort und das nennt sich Interface. Interfaces sind sehr, sehr ähnlich wie Klassen, aber wir sehen hier, wir haben hier alles plötzlich rot unterkringelt. Warum ist plötzlich alles rot unterkringelt? Naja, in einem Interface dürfen wir keine Methodenrümpfe definieren. Wir dürfen nur sagen, es gibt eine Methode und das war es dann aber auch schon. Und zwar dürfen wir in Interfaces nur sogenannte abstrakte Methoden definieren. Was ist jetzt eine abstrakte Methode? Das ist natürlich jetzt ein neuer Begriff. Eine abstrakte Methode hat einfach hier keinen Rumpf drin. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie den Teil weglassen. So, und jetzt ist es aber ein bisschen leider anders von der Schreibweise her. Das heißt, wir sagen nicht, hey, wir haben hier eine Methode, die nennt sich Laufen und die wiederum keine Parameter nimmt und ein Void zurückgibt, sondern wir müssen leider sagen Doppelpunkt, also direkt hinten dran ohne die Parameterklammern, Laufen, also der Name der Methode, dann ein Doppelpunkt und dann sagen wir hier, wir haben keine Parameter oder wir haben Parameter, also zum Beispiel Meter als Number, wie weit sie läuft, zum Beispiel nur so eine Idee. Aber in unserem Fall haben wir jetzt keine Parameter und sie gibt uns zurück eine Void, also nichts. Ja, das wäre eine abstrakte Methode. Ihr könnt auch hier in einem Interface, warum wir übrigens hier abstrakte Methoden benutzen, machen wir gleich. Ihr könnt auch in einem Interface wiederum irgendwelche Attribute definieren, aber hier auch wieder, sie müssen sozusagen abstrakt sein, sprich, sie dürfen keinen Wert haben. Und da sagen wir jetzt zum Beispiel auch Beine, Doppelpunkt, Number. So, okay, was wir jetzt hier haben ist erstmal ein bisschen Widget Party, weil hier oben ständig Rot auf Nicht-Rot schwingt, aber egal, wir werden uns jetzt angucken, warum wir hier dieses Laufen abstrakt machen müssen. Interfaces sind genau zu diesem Zweck hier da, dass ich am Ende sagen kann, hey, ich habe einen Haufen Tiere, also stellt euch einfach mal ein Computerspiel vor oder vielleicht, wenn wir jetzt gerade im Bereich Webdevelopment sind, stellt euch einen Online-Shop vor. Ihr habt ein Interface-Produkt, ja, das bedeutet aber, ihr habt ein Produkt und ein Produkt kann zum Beispiel gekauft werden. Es kann aber auch in den Warenkorb gelegt werden, es kann, keine Ahnung, bezahlt werden und solche Dinge alle, aber ihr habt eigentlich kein konkretes Produkt in der Hand. Ihr wisst nicht, was es jetzt genau ist, ihr wisst nicht, wie es gekauft werden kann. Vielleicht kann es auf verschiedene Arten und Weisen gekauft werden, also wenn wir jetzt ein Download-Produkt haben, dann ist es eine andere Kaufangelegenheit, sprich, ihr ladet es nur runter, aber wenn ihr ein richtiges physisches Objekt habt, dann ist es kein Download, sondern es muss verschifft werden, also irgendwie zu euch geliefert werden, wenn ihr sowas online kauft. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ihr ein Interface-Produkt habt und dort wiederum dann eine Methode kaufen drin habt. Diese Methode ist aber abstrakt, sprich, wir haben hier überhaupt keinen Methodenrumpf drin. Der Methodenrumpf wird dann wiederum in der Download-Produkt oder physisches Produkt oder wie ihr es nennen wollt, oder Lieferprodukt drin festgehalten. Also das heißt, wir müssen in unserer Unterklasse definieren, was genau da passiert, aber im Endeffekt brauchen wir nur noch mit Produkten zu handeln. Das heißt, wir stellen auf unserer Webseite haufenweise Produkte ein und diese Produkte kann man dann eben kaufen, ohne dass man genau weiß, wie jedes Produkt für sich dieses Kaufen wirklich durchführt. Das heißt, wir können hier quasi einfach ein Array haben von Produkten und jedes Produkt kann dann am Ende gekauft werden, aber wir müssen nur wissen, dass es Produkte sind, wir müssen nur wissen, wie wir sie darstellen können, aber wie sie am Ende gekauft werden, das macht jede Unterklasse für sich. Als kleines Webdevelopment-Beispiel. Ich finde einen Online-Shop da ziemlich schön, da kann man recht viel damit machen. Wäre auch eine super Übung, wenn ihr sowas mal irgendwie machen wollt, aber ich glaube, das sprengt wahrscheinlich euren Rahmen, genauso wie meinen. Okay, wir werden natürlich noch ein bisschen genauer auf diese objektorientierten Vorteile eingehen, aber das machen wir in einer anderen Playlist. Das kommt dann wahrscheinlich nach der Programmieren-Lern-Playliste, die ich euch auch nur wärmstens empfehlen kann. So, was wir jetzt also hier machen müssen ist, wir müssen diese Methode, diese abstrakte Methode Laufen in unserer Unterklasse von, also in jeder Unterklasse von Tier implementieren. Das bedeutet, wir müssen sie dort reinschreiben. Und dann darf sie nicht mehr abstrakt sein, sondern muss wirklich konkret sein. Das heißt, wir schreiben hier Laufen und wir hatten keine Parameter gesagt, Doppelpunkt Void und, ja doch, es war eine Void. Und jetzt sagen wir hier einfach drin, Console.log, was hatten wir geschrieben? Das letzte Mal, OMW für On My Way. So, wenn ich das jetzt aber ausführen würde, ich kann es gerade mal einfach kurz laufen lassen, dann sehen wir hier, Tier is not defined. Das bedeutet so viel wie, hey, Tier wurde nicht gefunden. Wir kriegen sogar tatsächlich einen Fehler beim Kompilieren. Und das ist der riesige Vorteil von TypeScript gegenüber JavaScript. Ihr könnt tatsächlich, wenn ihr hier kompiliert, das heißt, diesen Code in JavaScript umwandeln, das, was ihr im ersten Video mit der Kommandozeile gemacht habt, mit dem TSC und dann eure TS-Datei, das könnt ihr hier natürlich auch dann, oder da findet ihr auch Fehler da drin. Weil wir hier zum Beispiel sagen, Tier is not defined. Warum ist es jetzt nicht definiert? Wir haben doch hier oben definitiv gesagt, Interface, Tier und dann hier irgendwas angegeben. Das Problem ist, dass wir mit Interfaces nicht mehr Extents benutzen, sonst würde man wieder durcheinander kommen mit Classes und Interfaces, sondern wir sagen ganz einfach Implement. Und hier sehen wir auch schon wieder die unglaubliche Nähe, die TypeScript eigentlich zu Java hat. Also TypeScript und Java ist fast dasselbe. JavaScript und Java ist absolut nicht dasselbe, aber wirklich hier die beiden sind sich sehr, sehr nah. Okay, das heißt, wenn ihr irgendwie mal Java lernen wollt und ihr könnt TypeScript oder umgekehrt, dann habt ihr wahrscheinlich überhaupt keine Probleme. Gut, Class, Hund, Implement, Tier. So, jetzt können wir das Ganze laufen lassen und dann sehen wir wieder Running Fast und OMW. So, und warum wir Running Fast und OMW haben, das könnt ihr euch aus letztem Video nochmal zusammenreiben und einfach mal selber drüber philosophieren, warum das jetzt so ist, ist eigentlich aber auch nicht schwer. Ihr könnt mich kurz pausieren, drüber nachdenken, jetzt geht's weiter. Und zwar, wenn wir hier den Hund kreiert haben als Dalmatiner und einmal haben wir einen Schäferhund kreiert, dann sagen wir hier bei dem Dalmatiner, hey, diese Laufen-Methode wird aus der Hundklasse überschrieben und deswegen nehmen wir die Dalmatiner-Laufen-Methode. Das heißt, der hier, der erste Hund, wird Running Fast ausgeben, was wir hier auch sehen können. Ups, hier oben. Und der zweite Hund ist ein Schäferhund, der hat die Methode nicht überschrieben, das heißt, der benutzt die Laufen-Methode. Und wir könnten jetzt hier auch einfach hergehen und sagen, hey, das sind keine Hunde oder das sind schon Hunde, aber sie sind eigentlich auch gleichzeitig Tiere und wir speichern uns das Ganze einfach in ein Tier-Array. Das heißt, wir hätten ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, ein Schnabeltier, ein Känguru und sonst noch was reinzupacken. Und ja, dann sehen wir, es funktioniert trotzdem noch genauso, weil jedes Tier hat die Laufen-Methode und es wird immer die tiefste Methode genutzt, sprich, wenn der Dalmatiner laufen kann, dann, also eine eigene Laufen-Methode hat, dann wird die ausgegeben und der Schäferhund hat keine eigene, also wird die vom Hund genommen. Aber wir können keine Tiere an sich mehr erstellen und das ist jetzt auch noch ein Sonderpunkt von Interfaces. Wir können keine Tiere mehr erstellen. Wenn ich jetzt hierher gehen würde und sage, Warn, ähm, Rexiska ist ein Tier und kein Hund mehr, Achtung, ein Tier, tatsächlich hier drüben schon definiert als Tier, ist gleich New Tier. Das funktioniert nicht mehr, weil es gibt eigentlich kein Tier, also das Konzept Tier an sich, das existiert überhaupt nicht. Es gibt keine Tiere bei uns, es gibt nur konkrete Tiere. Also es gibt vielleicht, wie gesagt, ein Hund, ein Koala, ein Känguru, ein Schnabeltier oder sonst irgendwas. Aber wirklich ein allgemeines Tier, ohne dass es definiert ist, was genau für ein Tier, das gibt es nicht. Und deswegen können wir hier auch kein Tier benutzen. Das ist jetzt natürlich ein abstraktes Beispiel, weil wir könnten, beziehungsweise unser Programm oder unser Code weiß nicht, ob es jetzt das Konzept Tier ist oder ob es tatsächlich auch Tiere geben kann. Das liegt einfach daran, dass wir hier Interface benutzt haben. Denn wenn wir hier jetzt bei dem Tier die Laufen-Methode aufrufen würden, wir haben hier ein New Tier geschrieben. Und jetzt wissen wir ja nicht, was genau tut denn dieses Tier, wenn es laufen soll. Hier steht ja nur, es ist eine Funktion, die keine Parameter nimmt und eine Void zurückgibt. Aber was genau passiert, das weiß das Tier an sich nicht, das wissen nur die Unterklassen. Sprich, wir können hier kein Tier wirklich kreieren, ohne zu wissen, was für ein konkretes Tier es ist. Sprich, ein Hund oder eine Katze oder sonst irgendwas, die dann wirklich konkret laufen können. Aber das Tier selber weiß überhaupt nicht, wie Laufen überhaupt funktioniert. Es weiß nur, dass es laufen kann. Das ist eigentlich alles. So, ja und in etwa so funktioniert dann eben auch euer Produktbeispiel, was ich vorhin gebracht habe. Das könnt ihr ganz gerne mal selbst dann rumprogrammieren und ein bisschen rumprobieren. Und ja, das war es eigentlich zu Interfaces erstmal. Halt, nein, ich habe gelogen, das war es nicht zu Interfaces. Interfaces sind nämlich noch geiler. Und zwar könnt ihr jetzt bei Interfaces auch hergehen und sagen, hey, ich habe mehr als ein Interface und ich erbe von mehr als einem Interface. Das bedeutet, wir haben hier vielleicht noch ein zweites Interface. Also normalerweise schreibt man vor jedes Interface ein I vorne dran, damit man weiß, dass es ein Interface ist, aber wir können es auch einfach weglassen. Wir haben vielleicht noch ein Interface süß. Und dann kann jedes Lebewesen, das dieses Interface implementiert, also wirklich hier Implements hat, kann noch irgendwas anderes wie zum Beispiel süß sein oder sonst irgendwas. Ist jetzt aber eigentlich auch relativ egal. Aber was wir einfach machen können, ist, wir können von beiden Interfaces erben. Und warum ist das so? Warum können wir von mehreren Interfaces erben, ohne dass wir jetzt hier den Konflikt bekommen? Wenn wir jetzt hier auch noch eine Laufen-Methode drin haben würden, so, dann wüssten wir ja wieder nicht, welche Laufen-Methode sollen wir jetzt denn hier benutzen. Tier oder süß? Naja, das Problem ist absolut nicht mehr vorhanden, weil wir ja hier nur sagen, es gibt eine Laufen-Methode. Aber diese Laufen-Methode muss von unserem Hund selber implementiert werden. Das heißt, der Hund sagt, so funktioniert Laufen. Er überschreibt sozusagen auf jeden Fall, weil er ja muss. Er muss Laufen überschreiben und deswegen ist da absolut kein Problem mehr drin. Genau. Und wir können sogar noch gleichzeitig von irgendeiner anderen Klasse erben. Das heißt, wir können hier sogar noch Extents und dann hier meine Klasse oder sowas reinschreiben. Das heißt, von einer Klasse könnt ihr erben und dann von so vielen Interfaces, wie ihr nur wollt. Ja, das ist dann auch Mehrfachvererbung in TypeScript bzw. JavaScript. Und das war es jetzt tatsächlich von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, dann einen Kommentar oder teilt das Ganze am besten sowieso gleich mit euren Freunden. Und dann fangt mit eurem großen Projekt an und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.